Guten Tag und herzliche Willkommen wieder zu Wurms Clanwurfs mit im Gimus mit und Lobios LP. Hallo du kleiner, klüger Ball. Und Flachpfeife ist mal wieder als erstes dran. So, Flachpfeife ist dran. Flachpfeife ist dran. Na, kommst du die Kante nicht hoch? Jetzt ist er oben. So. Das coole wäre, wenn er herunterlutscht wäre jetzt. Naja, das passiert nur dir, nicht mir. Naja, genau. So, direkt am Anfang eine Banane auf 1. Banana. Er ist aber schön geflogen. Ihhh, ich habe sogar einen vergiftet von dir. Der auf Sicht, glaube ich, drauf steht erst tot. Ne, der hat noch 50. Der hat noch 50. Verdammt. Komm, kriegst du den Roten rüber. Wie heißt es jetzt eigentlich, dass man Beton-Esel benutzen darf? Nein, wieso? Habe ich jetzt einen Beton-Esel benutzt? War mir jetzt nicht bewusst, dass ich einen Beton-Esel benutzt hätte. Reicht es? Nein. Oh, nein. Oh, nein, der Blink-Gänger. Blink-Gänger. Glück gehabt. Ja, Blink-Gänger suchen ihresgleichen, ne? Wie? Das war dir wieder zu hoch, ne? Ja, mein Schwamm-Bürstel-Chokolade für meinen Kleinkopf. Äh. Oh, die Flugbahn dürfte stimmen. Lol. Lol. Fast. War gut. Ist halt noch verbesserungswürdig, aber für den ersten Versuch recht anständig. Bleibst du liegen, Kiste. Perfekt. Was macht denn der da? Was ich mache, sieht gar nichts an. Doch. Gute Vieh angehen. Ne Banane. Ah, okay. Höft, dass mal was Neues. Verdammt. Was zerreißt du da noch alles, bitte? Ähm. Das war's. No. Du hast zwei Würmer ge- äh, einen Wurm geopfert. Das finde ich aber schön von dir. Plus, plus extra Schaden gemacht bei dir. Plus extra Schaden, cool. Extra Schaden ist immer geil. Schäfchen? Schäfchen gefaked? Du hast da viel, äh, viel zu viele Würmer oben. Das gefällt mir nicht. Nicht auf den Kleinen. Schäfchen. Wenn du dazu willst. Ja. Yo. Das war perfekt. Ich hab'n gestapelt. Yay. Meister-Stapler. So, und zwar... Wenn ich jetzt noch einen drauf... Deswegen den kleinen Wurm nicht, weil der als nächstes drankommt. Aha! Kommst du jetzt wieder mit der Base in der Hand? Du crazy, Mann. Hab' ich dir das erzählt, dass ich mit dem Baseballschläger komme? Hab' ich dir das erzählt? Ne, aber ich weiß es. Was? Ich kenn' dich doch mittlerweile. So was ist doch prädestiniert für einen Baseballschläger. Ja. Guck mal, wie er was auf dem Gesicht gemacht hat, der eine hier, der eine Wurm. Ah, da ist ne Miene. Boah! Okay. Nein! Ja, das war mein Zug. So. Alles auf Anfang. Probierst du nochmal meinen 101er Wurm zu töten? Und erleidest wieder einen Partnerschaden? Du denkst dir einfach, im Krieg müssen Opfer gebracht werden? Ja. Ja, die fliegen beide an dieselben Stelle. Synchron fliegen. Tschüss. Der überlebt... Meiner überlebt. Meiner überlebt! Lol. Meine Rache wird grausam sein. Und zahlreich. Und zwar fange ich mit dieser hier an. Mit Mountain? Würde ich nicht tun. So. Jetzt hab ich ihn schonmal drapiert zu meinem 7er Wurm. Und mein 7er Turm wird dich... ...erledigen. Auf Teufel komm raus, ne? Wow. Wie du immer 3 Millimeter weit fliegst mit deinem fetten Wurm. Hast du eh nicht viele fette Würmer, aber mit dem fetten Wurm verkackst du einfach mal immer. Das kannst du. So, was machst du denn übrigens? Eigentlich wollte ich was machen, aber... ...komm ich wie soll. Man macht doch jetzt eine scheiß... ...Teleportation hier hin. Wirklich da hin? Nein. Eigentlich war das nicht so gut. Lol. Da kommt dann nicht mal die Ding. Guck mal wie er lächelt. So, jetzt mach ich was ganz fieses. Jetzt stehst du mit zwischen zwei Minen. Aber du auch. So, ich muss mal kurz aus dem Spiel tappen. Bei mir ist die ganze Zeit einfach so ein Fenster losgeöffnet und ich kann alles öffnen. Was mach ich bei mir. Was mach ich denn? Eigenschaften. Jetzt hab ich's. Na komm, mach. Schneller. Auswahl. So, jetzt seht ihr mal meinen schicken Greenscreen. Muss auch mal sein, weil hier alles noch so rumplüppelt. Gut. So, jetzt sehen wir Lobios, wie er verkackt. Alter, wie lange er braucht es da unten? Joa, die restlichen neun Sekunden. Warte, 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 warte. Und ab ins Wasser, blubb. Verdammt. Ja. Hätte ich eine Sekunde mehr gehabt. Oder zwei oder drei. Nein, eine. Ich hab schon auf den Abdrückknopf gedrückt. Ach so, einer bist du. Nee, zu übertrieben. Das Ding reicht. Nein, bitte nicht. Doch, kavams. Mensch, und dann fällt er nicht in das Loch rein. Glaubst es nicht. Du hast ein Medikit aufgesammelt. Ja, ich weiß. Wie die zwei Dicken von uns nebeneinander stehen und sich angrinsen, weil sie zwischen zwei Minen stecken. Hey. Hey. Der war produktiv, dieser Bulle. Er ist produktiv. Er ist noch produktiv dabei. Nein! Er säuft nicht mehr. Jetzt ist er soffend. Naja. War jetzt nicht so prickelnd. Prickelnd in meinem Bauchnabel. Das tust du nicht. Wie kann ich beide Würmer töten? Ja! Nein! Einer ist versenkt. Der andere ist tot. Ja! Loll! Oh, wir. Loll! Alter! Du hast Opfer gebracht. Ja, komm! Sieben! Sieben Lebenspunkte habe ich geopfert. Sieben! Gegenüber 300. Hä? Das wird neu verfilmt. 300 kommt neu raus. Da hast du aber Glück. Das war cool. Das war cool. Da kann man nichts sagen dagegen. Das war cool. Außer, das war cool. Das war einfach nur cool. Und ich habe einen Fleck auf dem Monitor, der mich hier stört. auf meinem zweiten. Pimmel! Pimmelarsch und Zwirn! Ähä! Aha! Da... Ach, da unten ist ja auch noch einer. Stimmt. Jetzt nicht mehr. Loll! Das ist ein kleiner Wurm, der löst keine Minen aus. Ach so. Marvin? Oh, dann reicht's nicht. Marvin, ich sag ja, Marvin. Ja, und dann ist er dran. Wie oft kommt das vor, bitte? Du hast Gegenwind. Was ist mit ihm los? Ich glaube, da ist ein Mikropixel. Ah, da hattest du aber Glück. Von der anderen Warte aufsetzt. Es ist nicht überlebt. Ich glaube auch. Ich verfolge dich. Nein! Ja, im Versenken sind wir stark. Ich versenke halt gerne den Wurm. Da reicht auch ein normales Schaf. Wer will denn ein normales Schaf? Wie wär's denn mit einem normalen Bullen? Ähm. Wir wurden von keiner Mine getroffen. Oh, der ist dran! Mensch! Das gibt es nicht. Hör auf! Du verkackst ja eh nur. Man wird deine Schmach nur größer, wenn du verlierst. Null. Er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Das gibt's nicht! Es war alles geplant. Alles ist ins kleinste Detail abgemessen. Alles. Einfach nur alles. Du hast extra Mathematiker eingestellt, um die Berechnungen anzustellen. Ich glaub's nicht. Ich glaub mein Schwein pfeift. Ja, nix verschwenden! Ich fühle dich in die Ritze. Boah! Danke! Hä? Danke! Bitteschön! Wer ist denn jetzt dran? Achso, stimmt. Ich bin ja noch da. Es wird aber jetzt knapp. Ach, Quatsch. Loy. Daaa! Würde mir stinken! Schade. Sogar sehr. Auch ernsthaft. Gemein. Egal. Ich geh zu meinem Booty. Soll er halt. Ist mir doch wurst. Jetzt ist der schon wieder dran. Na, das sind meine letzten drei, die ich da habe. Ja, die müssen taktisch sortiert werden. Nach Größe. Verkackst die Banane, wie die heilige Granate gerade vorhin. Du kannst echt froh sein, dass wir unendlich viele Jetpacks haben. Ich glaube, ich hätte schon wieder gewollt. Schon lange. Lord. Yes! So überlebt man eine Bananenexplosion. Oder auch nicht. Jetzt ist er weg. Ja, das wird wieder richtig spannend, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich aber schön getroffen, oder? Nee. Das war eine super Aktion. Das kannst du nicht so einfach. Erst fliegen, dann Wurmwechsel. Okay. Warte, hör ein bisschen vor. Was lustig ist. Gut hingestellt, muss man sagen. Jetzt kann ich endgültig zum finalen Schlag ausholen. Wir sorgen, Esel. Baaah. Nö. Solche Twix doch nicht. Wenn ein finaler Schlag wäre. Ich habe jetzt mit Wasserbomben daraufhin nahe, hinten, oder was? Nein! Wenn alle getroffen hätten, wärst du tot, ne? Ja. Das weißt du schon. Aber ich habe schon mal eine Grundspülung hier angesetzt. Aha. Wie wär's mit Nö? Nein. So. Die ersaufen dir schön langsam. Ach, ja. So. Bin ich jetzt wieder dran? Später ist vor, früher ist später. Ah. So. Machst du jetzt wieder was an den Tag? Du willst aber auch hier weggießen, ne? Ja, zwei sind schon mal weg. Zwei sind schon mal weg. Wieso auch nicht, ne? Natürlich. Vor allem das ist ein Fedderwurm, da kommst du nicht so leicht rüber. Ähm. Und was bringt dir das bitte? Du darfst nicht mehr. Hm? Ich bin bei dir. Ja, schön. Ich hab ja haargenau gewusst. Du willst das jetzt mir demonstrieren, dass du das hinbekommst. Das war alles ein perfider Plan. Nein. Ah, da war eine Mine. Scheiße. Nein. Er überlebt mit zwei Lebenspunkten. Das gibt's nicht. Komm, bitte. Aber so gerade noch, ne? So gerade noch. Jetzt bringen wir das endgültig zu Ende. Mein Bruder. Mein Bruder. Irgendwas steht zwischen uns. Mein Bruder. Oh, Alter. Das war so episch. Das war so episch. Das hat aber die Runde aber auch verdient. Wir haben 18 Minuten jetzt an der Runde gezockt. Sehr geil. Oder sehr lange an der... Und ein Unentschieden. Und ein Unentschieden. Das war aber wirklich gerecht irgendwo. Die Runde war echt geil. So, wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich hoffe, ja, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Lobios. Und wir bedanken... Wir bedanken uns fürs Zusehen. Und sagen Tschau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.